das steht leider nicht da schade dass es nicht dasteht wie viel ich im monat dafür zahlen muss weil abziehen du uns mal sehen das ist echt schwierig egal der eine kredit ist jetzt gleich weg 15 das ist jetzt der letzte dann müsste der wegfallen da ich warte jetzt auf den 16 dann müsste er weg sein das ist meiner meinung weil das sind zwei jahre dann genau also 16 habe der ist nur immer da moment bezahlt ja wenn ich den bezahlten weg du dann geht es könnte denn jetzt neu aufnehmen ja den kannst du einmal aufnehmen ja da muss ich mal den da jetzt gut auf behalten ja dann habe ich ja schon ausgenutzt praktisch aber wenn ich den einen abbezahlt hat müsste den anderen wieder aufnehmen können sie sehr idiotisch wieso kann ich denn jetzt wieder aufnehmen den dabei abbezahlt gerade wieso kann ich denn das nochmal aufnehmen geht es nur einmal oder was das ist ja dumm das ist ja wirklich dumm jetzt aber egal ich zahle jetzt einmal meinen scheiß hier ab und dann passt es die bezahlten lassen wir ausblenden wenn es kommen durcheinander wie viel hat man der jetzt gekostet 200 aufgenommen wo ist der und 200 1666 zurückbezahlt die sie sehr nur erträglich mehr damit leben so Ja, ich muss diesen scheiß Winter jetzt hier abwerden, das ist ein Problem, da kannst du nix machen im Winter, da kannst du Ruppelholi spielen mehr, ne? Winter ist ein bissl tot hier. So, was ist mit die Kühen? Guck mal zwei verkaufen, Flasche machen. Sechs Kühe ist auch nicht viel für so einen riesen Stall, man, da passen nur ein Minimum 50 rein, nochmal. Das einzige, was ich echt nicht kapiere, ist, wieso bleibt alles hier drin? Die räumen mir nichts ins Lager und wenn sie es mir nicht in den scheiß Stall räumen, dann kann ich es nicht verkaufen und das kapiere ich nicht. Es ist so schwierig, das da reinzustellen, ihr Bauern. Stattdessen lassen sie es mal hier liegen, ey. Gebt mir echt nicht. Ist der jetzt so dumm dazu, oder? Ich weiß auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, was meine Äpfel wert sind, weil vielleicht sind sie im Winter mehr wert, das würde sich eventuell rentieren. Ja, jetzt steigt der Preis. Ich sag's ja, im Winter kriege ich mir ja 48.000 hätte ich schon mal gekriegt. Wieso kriege ich jetzt nur mit 22? Wollte ich mich verarschen? Ah, schon mal wesentlich mehr wert. 48.000 hätte ich mir am Anfang aufgeboten ist. Ohne Kacke. Das ist wieder weniger wert. Ah, 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 ah. Weißt du was? Scheiß auf. Weg mit den Äpfel da. Ich hau jetzt im Markt zusammen. Haha. So, das kann man auch verkaufen. Milch machen. Das verkaufen wir sowieso. Das hat jetzt hoch. So, die Scheiße. Ja, bei der Scheiße verkauf ich mal 1.000, weil die Scheiße ist gerade auch viel wert. 14. Wow. Oh, wenn du jetzt verkaufst. Scheiße. Ich bin ein Blödsinn mal, glaube ich. Egal. Ein bisschen Asche gemacht wieder. So, hier können wir schon wieder ernten. Geile Tomaten hier. Da ich jetzt auch Geld habe im Überfluss, baue ich hier ein Bewässerungssystem ein und fertig. Dann brauche ich nicht mehr rumwasseln hier. Macht es jetzt automatisch und es hat sich. So. Und hier eine Sprinkelanlage oder sowas. Mann, blöde Kameraführung. So. Da ist jetzt eine Sprinkelanlage eingebaut und brauche ich nicht mehr selber bewässern. Jetzt sieht es richtig geil aus hier. Luxusgewächshaus. So, hier sehe ich alles im Arsch. Normal. Ein Viech ist krank. Ja, dann Tier ist. Do your job. Okay. Ja, die komplette Scheiße habe ich verkauft. Aber egal, ich kriege hier wieder neue Scheiße. Von daher passt das. Okay. So, hier sehe ich alles im Arsch. Oh, ich bin neugierig, ob ich dieses Jahr wieder Äpfel kriege. Okay. Was ist denn hier? Ne, blödsinn, das rennt er jetzt vollautomatisch, das ist ja bequem jetzt, so, Ernie Snail, will ne Schulung, ja, die keiner haben, kann ich nichts zahlen, muss kann ich alles haben, äh, wo ist denn der Hannes, hier, Ernie Snail, wo ist denn der kleine Power, Power, komm her, wo bist du denn, wieder du, äh, oh na scheiße, Was ist denn der, Ernie, versteckt sie, der kleine Ernie, put put, Ernie, da war der Name verlesen, Ernie Snail, sag ja, wo ist denn die, versteckt sie, du, da ist er super, So, der will ein bisschen mehr Ausdauer, das kann er haben, so, endlich ist der scheiß Schnee weg, So, der Winter ist jetzt eh gleich vorbei, Und dann ist er mal, time to save, Ja, meine ganze Scheiße habe ich das versehen, vorher verkauft, jetzt habe ich nur mal 150 Kilo Scheiße, aber es ist egal, wenn ihr zu wenig habt, fragen, Kralle, der hat immer viel Scheiße und Gülle bei sich, das läuft, das läuft, Ja, macht man das schon, ja, ich verweise mal dezent auf den Titel, Schon wieder Schnee, Alter, ich dachte, wir haben es hinter uns, jetzt muss ich mal hier gucken, was hat denn das für eine blöde Kapazität hier, So, So, An dieser Stelle können Stroh, Häcksel und Heu umgewandelt werden, ja, hier steht aber nicht wie viel, Lagerplatz für Silage, das Problem ist nur, Er, Er, Er lässt es einfach da, er gibt es mal nicht in meinen Lager, er lässt es einfach hier, das ist kacke sowas, Also, Meine ganze Kacke war weg, aber, ich habe schon wieder 226 Kilo Kacke, Der Winter ist gleich vorbei, der Winter ist gleich vorbei, zur Sicherheit sollte man mal sprechen, da, Nur mal so neben Ball, Hä, wieso wird es, hä, Paschen Game? Ach du, keiner hier da, Einmal reicht so, Läuft, das läuft, so Traktor, kann ich keine Wartung machen, dem geht es prächtig, mein Trecker, Dem scheiß geht es auch prächtig, Dem scheiß geht es auch prächtig, allem geht es prächtig, Was ist der scheiß Winter jetzt endlich um? Na, endlich, Alter, ich kriege ein Rappel, So, jetzt Turbo anbauen, Deluxe, Gas, So, was ist hier? Ja, das fällt, ist irgendwie im Arsch hier, habe ich so das Gefühl, Aber ich habe eh keinen Bock mehr auf Gras, muss ich sagen, Ja, scheiß drauf, scheiß drauf, wir machen das jetzt like a pro, Machen das jetzt like a pro, So, jetzt wird nochmal gegrubbert, So, was ist hier los? Muss jetzt nochmal pflügen, Ach, scheiße, Die ganze Kacke nochmal machen, oder was? Na, neuer Ernst jetzt, Da müsste du von ganz alleine, Warte mit pflügen dort an, 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 Es ist jetzt abbrecher, ist es nur so da, oder? Guck mal ab da, Da müsste du, Das ist jetzt wieder wachsendes Gras, ne? Wächst ja auch, oder? Bin nur nicht blind, So krass, oder? Das ist so viel Gras, also, Ich muss nichts fragen, Das ist doch krass hier, Da, läuft, okay, passt, Geklärt, so, dann fang mal hier mal an, ne? So, komm, Chinchen, schnapp da den Bobitel, Zusammenbau, Hm? Man muss mich verarschen, Was willst du denn von mir? Brauch wieder einen anderen, oder was? Ja, das ist ja herz, Ja gut, der kostet 400, Also, da brauche ich jetzt nicht rum, Kommt einfach in die Garage, Problem gelöst, Zuschauerzhaus, So, like a pro, Mach mal das hier, Wo willst du hin? Hey, hallo, Hau wieder ab, du, Limmel, Ich glaube, es hackelt, So, Also, hier wird gegrubbert, Wo ist meine Maschine? So, da, grubbert, So, der nächste, Maschine, Grubbern, Jetzt habe ich schon zwei Traktoren, Jetzt geht das hier im Multigrubbern ab, Was ist das? Aufküren wir mit, Ja, passt schon, Durchscht, Jetzt wird gegrubbert, Like a bro, Oder, heißt das überhaupt grubbern? Flügen heißt das scheiße, Grubbern ist ja das andere, Oder? Naja, keine Ahnung, Auf jeden Fall, Machen wir hier weiter, So, Dann der nächste, Das läuft, Das läuft, Ich habe sauviele Felder hier, So, meine Bäume haben es auch überlebt, Ist sogar wieder ein bisschen mehr flachbar hier, Oder kommt man so vor, Als wenn man muss, So, hier müssen wir ein bisschen pissen, Äh, ich meine, äh, Äh, nass machen halt, ne, Bewässern halt, ne, So, alle zum Wasser holen hier, Ihr Flaschen, Jetzt gehen sie erst wieder hier hin, Wozu baue ich den Weg da, Ihr Trampel, Echte, So, Warte mal, Der grubbert man jetzt zu schnell grad, So, 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 Alle mit dem Trager drüber pfeffern hier, So, die bepissen mein Feld hier, Ich bin meine Bäume hier, Linksbumsen, Was ist mit hier, Ja, kann man auch mal safteln, Ah, saftelt hier hier auch, Läuft, So, Hier kommen Kirschen, Hier kommen Birnen, Und hier kommen meine Äpfel, Die was durchaus an Wert haben, So, Das Feld läuft, So, Jetzt mal drüber pfeffern, Mitten, Oh, Scheiße, Dem da, So habe ich ja kein Traktor, Jetzt, Ja, Drüber pfeffern, Zack, Ja, Drüber pfeffern, Hallo, 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 Wille nicht, Arsch, Hast du so ein Obst, Budazucker, Dingsbums, Da, Find das nicht, Ah, das geht nur mit dem, Oder was, Alter, Lustig, Na schön, Dann mach's auch mit dem, Ah, Gedüngen wenigstens, Ja, Düngen geht mit dem Traktor, Aber das geht auch nur mit dem einen, Da, Klar, Ja, Scheiße, Schmeißen kann ich nur mit dem einen, Ah, Scheiße, Ich brauche einen zweiten Trecker, Mann, Brauch noch einen Trecker, Ich habe keinen Platz mehr hier, Oh, Nur eine weitere Garage, Brauch echt einen zweiten Trecker hier, Ja, Scheiß drauf, Wir brauchen einen zweiten Trecker, Jetzt habe ich hier die Kohle, So, Wie geht das schnell, Warte mal, Wir brauchen einen Parkplatz, Und zwar einen großen Parkplatz, Platz, Platz, Ich bin der scheiß Parkplatz, Parkplatz, Gibt's hier einen Parkplatz, Hier ist kein Parkplatz, Hier ist ein Parkplatz, So, Dann, Moment mal, Hier schreiben sie mir, Da passen sechs Geräte eine, Wieso kriege ich da nur drei rein, Das ist so kacke, So, Dann nehmen wir noch einen Parkplatz, Hoppala, Wir umdrehen, Kein Platz hier, Hier ist ein Parkplatz, Jetzt fertig, So, Straße kommen wir auch noch runter, Dann kann sich keiner beschweren, Dass man zu Fuß gehen muss, Fertig, So, Und dann kaufen wir einen Trecker noch, So, Zwei Trecker, Und dann geht's ab, Hier, Keinen Trecker, Zumindest, Man gebraucht, Und ist ein billiger, Und das gilt, Und rauspfeffern, So, Jetzt ist die Frage, Was ist zwischen den Ethos, Und dem da, Der Unterschied, Egal, Ich kaufe jetzt diesen Ethos, Oder auch nicht, So, Fertig, Jetzt können wir das kaufen, Also noch mal, Traktor, Hier kann der parken, Aber nur ein bisschen Platz, So, Läuft, Trinkt man mal einen Traktor, So, Inzwischen können wir, Was haben wir jetzt alles gemacht, Gegrubbert, Gegrubbert, Wir müssen ja auch nur kultivieren, Das zieht sich voll, Hey, Der dritte, Vierte, Ich hab schon, Wir machen wieder, Mal einen Cut, Wenn es euch gefallen hat, Abonniert mich, Liked mich, Schreibt einen Kommentar, Ich würde mich wirklich, Drüber freuen, Bis zum nächsten Mal, Euer Zocker Andi, Von Gameplay Deluxe, Tschüss, Bis zum nächsten Mal, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020